So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke. Wir haben mal wieder einen Burger für euch vorbereitet. Und zwar habe ich letztens ja hier diesen Big Chicken Cheese getestet. Big Chicken, ja. Genauso wie den Big Beef Classic. Und einer in der Reihe ist noch da. Ich habe extra die Pappkartons aufgehoben. Die können aber jetzt weg, damit ich jetzt Platz habe für den Big Beef Steak House. Den Chicken, den fand ich jetzt nicht so überragend, glaube ich. Den Big Beef Classic fand ich richtig gut, weil auch das Fleisch einfach sehr präsent war. Das ist ein Big Beef Steak House mit Käse und mit Soße. Und das Gute ist, hinten steht auch noch mit Schmelzkäse Zubereitung, Salatcreme und Pfefferwürzsoße. Denn diese Pfefferwürzsoße wird das Besondere an diesem Burger sein. Die kommen alle hier in dieser Pappschachtel, die ich eigentlich richtig cool finde vom Design her. Gefällt mir das, ist anders als dieses doppelt eingeschweißten Burger. Dann zieht ihr das hier auf. Dann holt ihr das hier raus. Dann seht ihr schon, ist das hier in so einem Kondombeutel drin eingepackt, der in die Mikrowelle kommt, weil das alles vakuumisiert ist. Ja. Jetzt bringen sich die Hunde schon wieder um. Den tust du mal weg. Und wenn ich das Brötchen sehe, das Brötchen alleine sieht auch schon mega besonders aus, weil da überall lauter kleine Zuckerkristalle drauf sind. Nein, das ist kein Zucker, aber da sind auf jeden Fall lauter Pocken drauf. Und das sieht cool aus. Den machen wir jetzt mal warm, probieren mal, wie der schmeckt. Und dann haben wir noch unsere Extremely Spicy Samyang Bulldog Soße, um den noch ein bisschen zu verfeinern, weil damit alles einfach nur brutal scharf wird. So, der Burger ist jetzt fertig. Der liegt auch hier drauf. Es hat einen riesen Schlag getan. Ich sage es euch. Die halbe Mikrowelle ist explodiert, weil der Beutel geplatzt ist. Das heißt, wir können den jetzt irgendwie hier aus dem Beutel mal raus tun. Es ist halt alles schmierig. Nochmal Erinnerung, es ist kein Luxus-Super-Burger aus einem Super-Restaurant. Es ist kein McStuff-Burger. Es ist halt einfach ein Burger für die Mikrowelle für zwischendurch. Ich weiß nicht, sieht man das jetzt? Die sind super genial. Das ist blöd, hier vorne ist wieder die Sonne. Vielleicht ist es auch gut, dass die Sonne da ist. Sieht man hier dieses Brötchen. Dieses Brötchen sieht richtig genial aus, richtig besonders. Ich weiß nicht genau, was es ist. Wir machen das jetzt mal hier hoch. Sehen, hier ist auch noch mal Käse. Hier ist Ketchup. Hier ist das Fleisch, das Beef. Hier unten habt ihr theoretisch noch mehr Käse. Wir drehen es aber auch mal um. Den ganzen Humpen. Und hier kannst du gar nicht reingucken, weil der Käse einfach alles festhält. Das ist eine Riesensauerei. Da ist hier Sahnesauce jetzt drauf. Auf dem Käse, hier sieht man das vielleicht. Da ist eine Sahnesauce drauf. Was ist jetzt aber Pfeffersauce? Ich habe keine Ahnung. Das riecht auf jeden Fall gut. Ich bin mal gespannt. Der dürfte ja so ähnlich schmecken wie der andere. Jetzt geht es aber los da unten. Wir legen den noch mal kurz ab. Wir müssen ja noch ein Bild für Thumbnail machen. Fällt mir gerade ein. Also muss ich mal so machen, dass ich was sehe. Die Sonne kommt nämlich. Deswegen muss ich das immer frühs machen. Oder tagsüber, bevor die Sonne kommt. Das ist der Big Beef Steakhouse Burger. Da beißen wir jetzt mal rein. Gucken mal, wie der schmeckt. Ob der dem anderen das Wasser reichen kann. Oh mein Gott. Was ist das denn? Alles an die Hand. Hm. Er ist genauso weich wie der andere. Das Fleisch ist genauso wie beim anderen. Aber irgendwie fehlt mir was. Ich glaube, die Soße bei dem anderen war besser. Der Big Beef Classic hatte ja diese komische Orange Soße. Das war eine Senf Ketchup Soße. Und nochmal Ketchup zusätzlich steht da drauf. Was für mich absolut gar nicht nach Senf geschmeckt hat. Es war auch nicht scharf. Gar nichts. Aber es hat irgendwie sehr fruchtig und süßlich geschmeckt. Gleichzeitig aber ein bisschen herzhaft. Aber nicht scharf. Also das war perfekt. Ich glaube, meiner Meinung nach ist der Big Beef Classic der beste Burger aus dieser Dreierkollektion. Der ist okay. Der Chicken ist okay. Aber für den richtig wahren Genuss braucht ihr den Big Beef Classic. Dieses Steakhouse. Was hat Pfeffer Soße sein soll. Ich merke auch wieder nichts von Pfeffer. Oder von irgendwas, was scharf sein soll. Wir beißen nochmal rein. Und dann kommt wahrscheinlich Samyang zum Einsatz. So. Der Geschmack bleibt gleich. Es schmeckt ein bisschen noch Fleisch und Käse. Aber irgendwie merke ich von der Soße gar nichts. Obwohl der so aussah, als wäre da so viel Soße drauf. Dass alles gefühlt überall runtergelaufen ist. Ich habe jetzt hier die Samyang Soße. Ich mache die jetzt mal auf. Ich mache mir jetzt mal hier was auf die Ecke drauf. Und zu dem Chicken dachte ich, passt das am besten. Ich glaube, zu dem Chicken hat das trotzdem auch nicht so gepasst. Aber besser als zum Beef. Ach, ich weiß es nicht. Ich kann mich noch nicht erinnern, was gestern war. Ich beiße jetzt einfach mal hier rein mit Samyang Soße. Das breitet sich schon aus. Es kommt schon. Das pfeffert auf jeden Fall. Also das finde ich genial. Also was mir eben noch gefehlt hat, habe ich jetzt hier drauf. Unten auch nochmal hier diese Sahne Soße, die da drauf ist. Aber es schmeckt halt jetzt gefühlt einfach nach Samyang Soße. Du merkst von dem Rest nichts mehr. Und die kannst du einfach überall drauf machen. Dann schmeckt alles nach Samyang Soße. Egal was. Kannst du dir irgendwie einen alten Schuh nehmen. Kannst du Samyang Soße drauf machen. Schmeckt halt dann auch gut, sage ich mal. Beiße nochmal rein. Nochmal hier in die Mitte, in das Mittelstück. Also so kann man es essen. Aber so kannst du, wie gesagt, alles essen. Ich würde den jetzt nicht unbedingt nochmal kaufen. Ich glaube, da reichen mir die ganz normalen doppelten Burger eingeschweißt in diesem durchsichtigen Plastikding. Den Big Beef Classic als was Besonderes. Würde ich mir aber nochmal gönnen. Kennt ihr diese Big Burger? Schreibt es mal in die Kommentare. Den Big Chili irgendwas. Haben wir ja glaube ich auch schon mal gehabt. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Und jetzt ist der Akku so rot wie die Soße. Das ist der perfekte Abschluss. Ciao. Ciao.